Hallo und herzlich Willkommen hier in der Wunderkessel Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie leckere Liköre. Wir machen heute einen Raffaello Likör. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass dieses Rezept oder dieser Likör nicht zu meinen Lieblingen zählen wird, denn da ist jede Menge Kokos drin und das ist so ein Geschmack auf den kann ich relativ gut verzichten, aber er steht in unserem Wunderkessel Forum, ist da extrem gut bewertet und deswegen haben wir gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus, zeigen euch wie es geht und euch schmeckt er bestimmt auch. Was wir brauchen sind 13 Kugeln Raffaello. Die kommen hier in unseren Wunderkessel und werden 10 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinert. Das wird jetzt laut. So und das Ganze wird mit dem Spatel nach unten geschoben. 50 Gramm Zucker kommen hinzu. Außerdem habe ich hier noch einen Teelöffel Vanillezucker rein getan. Einfach für den Geschmack. Dann haben wir ein Ei, das ist Größe M und außerdem brauchen wir jetzt noch 100 Milliliter oder 100 Gramm Milch. Insgesamt brauchen wir 450 Gramm Milch, aber 100 kommen jetzt erstmal hier hinein. Das Ganze wird jetzt 5 Minuten auf 75 Grad in Stufe 3 erwärmt und dann kommt der nächste Arbeitsschritt. Bis gleich. So die nächsten Zutaten kommen hinzu und das sind auch gar nicht mehr so viele. Das sind nochmal 200 Gramm Sahne. Dann brauchen wir den Rest der Milch, das sind 350 Gramm die uns da noch fehlen. Ich habe jetzt eben ein bisschen mehr rein gemacht, also es ist okay, wenn es jetzt ein bisschen weniger ist und 100 Milliliter Wodka. So damit es auch ein Likör wird, weil sonst wäre es ja nur Raffaello Saft. Ein bisschen Alkohol muss ja rein. Das Ganze wird jetzt weitere 6 Minuten nochmal in der 75 Grad Temperatur auf Stufe 3 erwärmt. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. So und damit sind wir eigentlich schon fast fertig. Wir gießen das Ganze jetzt ab durch ein feines Sieb. Ich nehme jetzt hier dieses Puderzuckersieb. Ja, da kann man dann quasi immer noch so ein bisschen nachgeben. Aber das ist halt wichtig, dass diese ganzen Kokosflockenstücke da raus sind. Und jetzt haben wir den Rest von diesem Teig, der nicht aufgelöst wurde. Den haben wir jetzt hier drin. Das weiß ich nicht, hätte mich jetzt wahrscheinlich nicht besonders gestört, aber es flockt halt dann aus. So jetzt könnte man das natürlich auch aus einem Messbecher trinken wie aus so einem Pitcher. Das machen wir natürlich nicht, sondern wir füllen das Ganze ab in Flaschen. Ich habe jetzt mal eine mitgebracht. Diese werden sofort verschlossen und dann stellt ihr das in den Kühlschrank. Da ist dann dieser Likör etwa so 3-4 Wochen haltbar. Wobei ich ziemlich sicher bin, wenn ich den zu Hause habe, hält der sich keine 4 Wochen. Wenn meine Frau steht auf Kokosnuss. Wie gesagt verschließen, in den Kühlschrank stellen. Ich würde es natürlich bevor man es trinkt auch nochmal aufschütteln. Das muss jetzt ein bisschen abkühlen und dann werde ich für euch mal den Versuch wagen und das ganze testen. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass Kokos nicht so mein Ding ist. Aber ich probiere es natürlich trotzdem für euch. Bis gleich. So dann schauen wir mal. Also es riecht natürlich stark nach Raffaello und der Wodka, der kommt wahrscheinlich so geruchsmäßig, kommt da nicht raus. Schmeckt noch wahrscheinlich auch nicht. Aber die Wirkung ist bestimmt da. Dann werde ich mal ein Schlückchen trinken, mal probieren. Ich kann jetzt nicht das ganze Glas leer trinken. Ja, weil es ist, um ehrlich zu sein, noch keine 12 Uhr heute, wo wir das hier gerade drehen. Und ich habe noch nichts gegessen. Aber dafür werden dann die nächsten Folgen, die wir drehen, umso lustiger. Also Cheers auf euch. Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, dass es viel viel süßer ist. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ne, ist eigentlich sogar ganz gut. Also nicht zu süß, sehr sahnig. Wenn ihr sowas mögt, probiert es mal aus. Ihr habt ja gesehen, es war jetzt nicht viel Arbeit und mit Sicherheit gibt es da noch andere Ideen. Vielleicht hat irgendeiner von euch ein Rezept für Rocher-Likör. Das würde ich auf jeden Fall trinken. Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlecht und wie gesagt, vielleicht trinke ich es doch für den Kreislauf heute Morgen. Ich sage euch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Cheers! Bis zum nächsten Mal.